Prügelnde Polizisten, wie hier vor rund zwei Monaten in Stuttgart. Für solche Situationen verspricht sich Innenminister Strobl in Zukunft bessere Aufklärung durch Bodycams. Das ist sogar ein klassischer Fall, wo die Bodycam hätte zum Einsatz kommen können und aus Beweissicherungsgründen auch hätte helfen können. Polizeigewalt ist jedoch die Ausnahme. Die Gewalt gegen Beamte ist ein ungleich größeres Problem. Die Fälle sind laut Polizeikriminalstatistik zuletzt deutlich gestiegen. Deswegen wird nun in den Stuttgarter Polizeirevieren, an der Theodor-Heuss-Straße und in Bad Cannstatt die Bodycam getestet. Mit dem Geräusch beginnt die Aufnahme. Ein Polizist, der namentlich nicht genannt werden will, hat sie bereits bei einer Verkehrskontrolle angewendet, bei der... Der Bürger etwas uneinsichtig war mit unserer Kontrolle. Er hat gleich gesagt, dass seine Tochter Jura studiert und wir das nicht dürften. Ich habe dann ihm gesagt, dass ich ihn jetzt aufzeichnen werde. Und nachdem ich das ihm gesagt hatte, hat sich die Verkehrskontrolle relativ entspannt. Beim sechswöchigen Praxistest soll nun das beste Modell ermittelt werden. Eine Sache stört den Minister bereits an den jetzigen Kameras. Meine erste Beobachtung ist die, dass die Knöpfe ein bisschen klein sind, ein bisschen versteckt sind. Ein Polizist steht häufig viele Stunden in der Kälte im Freien. Mit Handschuhen ist das, so wie ich es empfunden habe, kaum zu bedienen. Eine für die Beamten praktische Funktion, das Pre-Recording. 30 Sekunden vor der Aufnahme nimmt das Gerät bereits auf, hilfreich für die spätere Beweisführung. Aufnahmen, auf denen nichts Relevantes geschieht, werden später gelöscht. Zudem wird nur bei Gefahr aufgezeichnet. Im nächsten Jahr sollen nach und nach weitere Polizeireviere die Kamera erhalten. Wie viel das kosten wird, ist noch unklar. Strobl betont mehrmals, dass Sicherheit nun mal Geld koste. Fast schon demonstrativ verkündet er anschließend den Kauf von über 1209 Polizeiautos. Das Land macht ernst mit seinem Versprechen, mehr in die Polizei investieren zu wollen.